Raus aus dem Film, Teil 29 1.2 Außen Nacht Der Mann ist in der Kälte vor einer Tür eingeschlafen. Der Moment, als seine Augen offen sind und sich dann schließen. Zeitraffer von oben Der Mann liegt in Embryohaltung vor der Tür. Im Zeitraffer wird es heller. Er ist eingeschneit wie der Hund im Film Krambambuli. 2.2 Innen Tag Das Liebespärchen ist ebenfalls endlich eingeschlafen. Geschlossene Augen von Mann und Frau Kamera von oben 3.1 Innen Pool Der Mann im Pool taucht immer noch. Ab und zu taucht er auf, um Luft zu holen. Augen unter Wasser 1.3 Innen Tag Speiseraum Der Mann, der vor der Tür lag, sitzt nun zusammen mit anderen Menschen an einem Tisch und löffelt langsam so eine Art Eintopf. Er ist in sich gekehrt. Augen Wenn ich hier die Augen betone, dann bezieht sich das auf den Film Napoleon, der sehr vom Ausdruck der Augen lebt. Scheint aber froh, dass sich die anderen um ihn kümmern. Jeder der fünf Menschen um ihn geht anders auf ihn ein. Frau 1 Mit großen, mitfühlenden Augen Versucht Augenkontakt mit ihm aufzunehmen. Mann 1 Spricht ihn an Unverständliche, aber betonte Sprache Frau 2 Legt ihre Hände um seine Schultern Frauen 3 und 4 schauen sich Augen an, weil sie nicht wissen, was mit diesem Mann los ist. 2.3 Innen Tag Bad Toilette Die Frau des Liebespärchens sitzt auf der Toilette. Kamera von unten aus dem Toilettensiphon, aus dem bewegten Wasser. Es ist keine konkrete Kontur des Anus oder der Geschlechtsorgane zu erkennen. Es ist verschwommen, aber der Zuschauer fantasiert eben. Verschwommenes Bild des Unterkörpers der Frau auf der Toilette sitzend. Zum Beispiel wie die trinkende Kuh bei GoPro-Filmen. Der Mann des Liebespärchens rasiert sich nass. Kamera fährt von den Füßen langsam nach oben, in sein Gesicht bis in die Augen. Er schaut sich an und scheint über seine Liebesbeziehung mit seinen Augen zu sinnieren. 4.0 Innen Tag Gruppenraum Die Szene steht im bewussten Kontrast zu den bisherigen Augen. Alle haben nämlich ihre Augen geschlossen oder nur leicht geöffnet. Sie sitzen zusammen. Die gleichen Menschen wie in der Speiseraumszene. Kamera filmt die unterschiedlich geschlossenen Augen. An einem späten sonnigen Nachmittag fuhr ich mit Charles den gerade eigens für unsere Gruppe gepisteten Hang mit den Skiern hinab. Wir waren nur zu zweit. Charles war im Gegensatz zu mir ein begnadeter Skifahrer, aber ich hatte seit meinen ersten Versuchen ordentlich aufgeholt und jedes Mal beim Abfahren eine kindliche Freude, so wie ich sie früher als Siebenjährige auch nach dem Schwimmen lernen oder Schlitten fahren hatte. Charles war eindeutig auf Tempo, extra vor mir her, um mich zu animieren. Der Hang gehörte uns. Die Berge gehörten uns. Wir gehörten uns. Charles in dem rosafarbenen Schnee der nahen Abenddämmerung. Vergessen die Strapazen des Aufstiegs. Hinab über die angeeiste Piste. Keine Skifahrt. Von einem zum anderen Tag gleich der anderen, weil der Schnee immer eine neue Konsistenz hat. Ich jagte Charles hinterher. Meine viel zu weiten Schlangenlinien-Schwünge zu Beginn meiner Ski-Erprobungen waren immer mehr zu geraderen Schussfahrten geworden. Heute fuhr ich fast nur angeschnittene Geraden. Immerhin so schnell, dass die kalte Luft unter meiner blau gespiegelten Ski-Brille meine Augen beißend Tränen ließ. Ich spürte meine Beine kaum noch. Meine Arme und Hände konnten die Stücke fast nicht halten, die vom harten Untergrund auf- und abschwangen wie die Reifen und Federbeine eines Autos auf schneller und unebener Fahrt. Charles schrie etwas Lautes vor mir. Ich versuchte, langsamer zu werden, indem ich seitlich größere Bögen fahren wollte. Aber die verfluchte Piste war einfach zu schmal. Viel zu schmal. Und als mir klar wurde, dass die Spurung wohl etwas gewagt für den Zustand des Hanges geraten war, war etwas, das ich zunächst nicht verstand, zu spät. Charles schien weg zu sein. Nur seine hohe und laute Stimme war ab und zu noch da. Von da an hatte ich die Kontrolle über das Ganze verloren. Es fuhr mich praktisch. Das heißt, die Ski rutschten den steilen Hang hinab, ohne dass mein Körper nennenswert regulieren konnte. Kennen Sie ein solches Gefühl? Alles ist so schnell, so schwer, so groß, so schwierig und so überwältigend. Eine Grenze ist plötzlich überschritten. Was dann passierte, war wie eine Beobachtung aus sicherer Entfernung, weit von mir weg. Es gibt den psychiatrischen Begriff der Dissoziierung für solch einen mentalen Zustand. Als Kind hatte ich einmal etwas Ähnliches erlebt, als ich von einem Apfelbaum fiel. Gerade noch gestiegen und gehalten und geklettert, auf einmal ein Rutschen, ein Fallen. Du fällst und gleichzeitig siehst du dich beim Fallen. Zwei Dinge, mit ein und der gleichen Person geschehen parallel, spalten sich auf, den sicheren Aufprall Bruchteile von Sekunden vorweggenommen. Damit es erträglicher ist? Genauso war es jetzt. Es fuhr weiter und ich beobachtete. Nur war es noch eine Dimension weiter. Ich bemerkte so etwas wie mehrere Welten in einer und derselben Situation. Die eine Welt war, ich bin sicher, egal was geschieht, denn ich bin's nicht, der es passiert. Die andere Welt war, mein armes Leben ist wirklich in Gefahr. Und die dritte Welt war so etwas wie, ich funktioniere noch und kann es tun. Was auch immer das Tun wäre. Die Ski flogen zuerst die Pfeile in der Luft. Dann schossen sie jeder in eine andere Richtung den Hang hinab. Mein Hintern setzte sich auf einen Skistock. Der Kopf knallte, zum Glück mit dem Helm, in den harten Schnee und rutschte mit dem Körper weiter, bis dieser sich mehrfach überschlug. Der Helm abriss und ich schließlich auf dem Rücken noch gefühlt einige hundert Meter weiter schlitterte. Bis ich, bis alles schließlich und schlussendlich, ich hasse diesen Ausdruck, aber hier war er wirklich angebracht, unter einem blätterlosen Strauch liegen blieb. Stille und nochmal Stille. Himmel, Licht, mein Atem. Keine Sekunde in diesem Inferno, war ich bewusstlos gewesen. Als hätte ich mehrere Tage an einem Stück ohne Schlafen erlebt. So viel war da gerade passiert. Ich hob den rechten Arm, den linken Arm, ohne seinen Handschuh, der Handrücken aufgeschürft. Ich reckte meinen Kopf hoch und sah, wie der untere Teil der Helmbindung auf meiner Brust lag, was mich hysterisch lachen ließ. Eine schwarze, dicke Haarsträhne von mir, mein geliebtes Haar, lag feinsäuberlich auf einem dornigen Ästchen des Strauches. Ich fluchte. Ich suchte das Blut dazu. Ich sah es nicht. Dann erschien Charles, mein geliebter Charles, sein Gesicht über mir. Und erst dann, dann wusste ich nicht mehr, was weiter geschah. Das war's. Ich hte mich nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020